Er geht noch mal in Gedanken seine Übung durch und wartet auf das grüne Licht. Grün ist jetzt gegeben und er muss innerhalb von 30 Sekunden seine Übung beginnen. 15,85 Punkte, eine Wahnsinnspunktzahl für Arthur Zanetti an den Ringen. Damit hilft er seinem Team mit Sicherheit weiter. Die Japaner zeigen interessante Share-Verbindungen mit Transport. Hier ein Pauschenarbeit mit Wendeschwüngen, mit Flops. Sieht alles sehr sicher aus, was Daisuke Suzuki hier turnt. Ruhiger Oberkörper und kleines Nachdrücken beim Abgang durch den Handstand. Aber ansonsten tolle Übung, Daisuke Suzuki. Dankeschön. Applaus für die Fiziense, ich bin zunächst noch mal für Arthur Zanetti. 15,85 Punkte. Francisco Barreto Junior an den Ringen für Brasilien als 2.0.